Sie haben sich ausgesperrt? Keine Panik! Der Schlüsseldienstregel aus Düsseldorf ist jederzeit gerne für Sie im Einsatz. Egal zu welcher Uhrzeit, wir öffnen Ihre Tür schnell, möglichst schadenfrei und zu fairen Preisen. Unser bestens geschultes, freundliches Team steht Ihnen außerdem gerne für eine professionelle Sicherheitsberatung zur Verfügung. Rufen Sie uns ganz einfach kostenfrei an! Untertitelung des ZDF, 2020